Wie heißt du? Fatima. Fatima? Ja. Kann ich dich Fatih nennen? Klar, kann ich dich Lutscher nennen? Falls du vorhast, die Schule in die Luft zu jagen. Ich bin dabei. Ich hoffe, Jonas benimmt sich. Ah, nicht so richtig. Was? Wir lernen uns grad kennen? Spann dich, alles ist gut. Yep. Es ist nur eine Stunde, das interessiert keinen, ist dir klar? Okay, okay. Vertrau mir, ich kenn mich aus. Ja, das glaub ich sofort. Nach allem, was passiert ist? Was meinst du? Hat er nichts erzählt? Aber die Menschen sind nicht immer so, wie man glaubt. Ich war es. Volle mal so, wie ist es? Hey, hey, hey. Dafür sind Untertitelung des ZDF, 2020